Guten Morgen! Ja, liebe Kinder, nach getaner Arbeit, ihr habt alle euer Eis. Ihr habt jetzt beim Mofa ganz viel Freude hoffentlich noch und einen wunderbaren Sommer. Ich wünsche euch jedenfalls eine super Sommerferienzeit, dass ihr gesund und munter bleibt und dass ihr ganz viel Spaß habt und dann aber auch wieder voller Energie wieder in die Schule geht. Alles Gute, euer Bürgermeister.